Ja, so schnell geht das. Kaum ist der Daniel auf der FIBO angekommen. Fünf Minuten später ist es bei Facebook. Wenn er jetzt zum Beispiel so steht und ich mache jetzt ein Foto und ich stehe natürlich so, wirklich sehr schmal. Ich nehme das von seiner Schuld. Wenn ich natürlich einfach sehr außen stehe und selber dann noch schön eine Pose ziehe, wirkt eher schmaler, ich breiter und habe damit einen Vorteil. Ich muss ja schon sagen, man fühlt sich ja im Vergleich zu den anderen. Ja, aber wir alle kennen das, aber nur noch ein Foto. Wow, schau mal an das. Fantastisch, großartig. Also ich muss ja schon sagen, man fühlt sich ja im Vergleich zu den anderen ziemlich schmal. Daniel, das ist die Legend. Die Legend. Oh, danke. Okay. Yes. Fitness Freaks, Daniel Geldner, Leistungsgruppe Bundeswehr. Das zeigt die ZB aktierende Vital Läger. So wollen wir etwas, was wir das Klappen bei der ZB a которая war. Man kann das auch die ZB fight nicht tun. Die ZB sind nicht für sie genauso, damit sie nicht auf die ZB. Wir waren unankündigte URIM-Gruppen, wo der Elterstadt abgegeben wurde. Ja. Daniel Pitner! Bravo! Daniel Pitner! Bravo! Bravo!